Am Samstag geht es los fürs RTV-Judo-Team in der Judo-Bundesliga und darüber wollen wir heute mit dem Teammanager sprechen, mit Michael Rochedor. Michael, der Winter ist vorbei, es geht wieder los für euch. Wie gut seid ihr vorbereitet? Ja, wir haben ordentlich Gas gegeben, wir haben richtig fleißig gearbeitet, sowohl auf dem Transfermarkt als auch neben der Matte bzw. neben dem Sportlichen an unseren Strukturen. Denn Erste Liga ist halt was anderes als bisher so, Halle 2 und mal ein bisschen 2-3 Stunden investieren und dann wieder abbauen. Da waren wir durchaus fleißig und ja, wir freuen uns. Kommen wir zum sportlichen Teil. Welche Veränderungen hat es im Kader gegeben? Ich weiß noch, ich hatte mit Cedric letztes Jahr ein paar Mal gesprochen, wo er gesagt hat, die Kadertiefe war letztes Jahr nicht da. Die Top-Sportler sind halt dann teilweise bei anderen Veranstaltungen unterwegs. Was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben als erstes mal vernünftig analysiert, was wir an Strukturen benötigen. Es gibt ja die unterschiedlichsten, wie du schon richtig angesprochen hast, Strukturen bei Kämpfern. Es gibt welche, die sind regelmäßig bei IGF. Dann gibt es den Eurocup, das ist so einen drunter angesiedelt. Das kennt man auch von anderen internationalen Sportarten. Und natürlich auch die U21 und last but not least die, die sich dem Leistungssport etwas weniger angeschlossen haben und nicht mehr auf Turniere fahren, aber ein gutes Niveau haben. Und da haben wir halt geschaut, dass wir möglichst breit besetzt sind und dass wir natürlich auch von der Verfügbarkeit diesmal deutlich, deutlich besser dastehen. Ja, und haben da, denke ich, gut gearbeitet und aus jedem Bereich uns ein bisschen verstärkt. Wichtig war ja auch immer der Bezug zu Remscheid, zum Bergischen Judo. Konntet ihr das beibehalten? Jein, natürlich haben wir geguckt, dass wir auch möglichst hier aus der Gegend die Leute bekommen. Aber es ist jetzt natürlich nicht rein aus dem Bergischen eine Bundesliga-Mannschaft, die erfolgreich kämpft, herzustellen. Das ist nicht möglich. Wir freuen uns natürlich, dass mit dem Luke Kabekaner jetzt ein U21-Vizemeister bis 60 Kilo auch zur Verfügung steht. Der hatte bisher immer so ein paar Kilo zu wenig, um mitkämpfen zu können. Der ist jetzt physisch und technisch einen ganz deutlichen Schritt weiter, was uns natürlich besonders freut, da er ein bergischer Junge ist, hier aus Wermelskirchen. Fußläufig erreichbar quasi. Aber in der Regel kommen unsere Kämpfer schon aus den verschiedenen Ecken Deutschlands. Wir haben viele aus Hannover, wir haben einige aus Wiesbaden dabei und natürlich die Jungs, die international unterwegs sind aus Österreich oder dem Aserbaidschan. Das ist jetzt nicht gerade sehr regional, aber notwendig. Das ist halt einfach so. Genau und darum geht es ja, sich besser aufzustellen. Es war eine gute erste Saison letztes Jahr in der Judo-Bundesliga. Mit welcher Zielsetzung geht der in die zweite Saison für euch? Ja, wir wollen natürlich Erfolg und Erfolg ist an der Stelle das Maximum, das Final Four und im Zweifelsfall auch Deutscher Meister werden. Also es wäre vermessen jetzt zu sagen, unser Ziel ist Deutscher Meister zu werden. Aber natürlich wollen wir ins Final Four. Das ist auch nicht unrealistisch. Und wenn man im Final Four ist, ist natürlich alles möglich. Wir haben den glücklichen Umstand, dass wir recht viele Olympia- und Perspektivkaderathleten bei uns haben. Und das gepaart mit dem, was jetzt an international starken Kämpfern dabei ist, würden wir auch in ein Final Four, wenn wir die Leute beisammen haben, nicht chancenlos gehen. Aber unser Ziel ist natürlich, unter die ersten beiden in der Sektion zu kommen, was natürlich schwer genug wird. Die anderen wollen das auch. Die anderen wollen es auch. Und am Samstag, der erste Kampftag, direkt ein Heimkampftag. Und da kommen die Hamburger nach Remscheid. Ich erinnere mich, letztes Jahr gab es eine heftige Niederlage in der Hansestadt. Wie gut seid ihr vorbereitet? Wie sehr freut ihr euch auf diesen Kampftag, auf diesen Kampf gegen die Hamburger? Ja, das ist natürlich etwas, worauf wir brennen. Das 1 zu 13 ist sportlich betrachtet wirklich ein Offenbarungseid, den wir da nicht freiwillig geleistet haben. Diesmal sind wir gut aufgestellt. Und klar, es ist und bleibt Hamburg und die sind nicht umsonst Vizemeister. Und die bauen schon seit vielen, vielen Jahren an ihrer Mannschaft, damit die so steht, wie sie steht. Aber wir haben auch einen guten Kader und auch einen Kader, der die schlagen kann. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wenn es den Hamburgern gelungen ist, ihre Final-Vorbesetzung mit nach Remscheid zu bringen. Dann müssen wir nicht lange darüber reden, dass das ein harter Kampf wird. Aber ich denke, dass wir durchaus die Chance haben, zu punkten. Samstag, der erste Kampftag. Wann geht es los? Wie teuer sind die Karten? Und wo bekommt man die Karten? Karten gibt es an der Tageskasse, Halle Neuenkamp. Einlass ist ab 15 Uhr. Gerne vorbeikommen. Es gibt genug Platz für alle, hoffe ich. Nein, es wird genug Platz geben. Wir haben keinen Vorverkauf gemacht diesmal und machen alles über die Tageskasse. Und ja, wir freuen uns und hoffen auf viel, viel Unterstützung. Denn um Hamburg zu schlagen, werden wir das auf jeden Fall brauchen. Dann werden wir unser Publikum brauchen. Wir haben schon unsere Klatschpappen, die berühmten, die in Remscheid immer ausliegen und für ordentlich Stimmung und Wirbelsorgen. Die sind bestellt und auf dem Weg zu uns. Und die werden dann auch ausliegen. Und ich hoffe, man wird mal wieder sein eigenes Wort nicht verstehen. Und ich zähle aufs Remscheider Publikum. Michael, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Also am Samstag der erste Kampftag vom RTV-Judo-Team. Und wir von RS1TV freuen uns auch. Wir werden am Samstag live von der Veranstaltung berichten. Die Veranstaltung auch in RTV-Judo-Team. Vielen Dank.